Ihr habt es beide geschafft. Ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören. Testen wir weiter. Genau, wenn die Buddies forever... Sie liebt es mir nicht so. Aber Tosti muss ich mal kurz denken. Okidoki. Ich schlafe mit dir kein Wort mehr heute Abend. So. Ja. Habe ich es dir aber gegeben. Ein bisschen. Ok. So, dann haben wir wieder so einen Umkehrer. Der geht erstmal da rein. Und du kannst noch einen schießen, dann kommt der da rein. Was? Wenn ich jetzt nicht fliege, dann fliege ich da in den Strahl rein. Das wollen wir nicht. Einen Umkehrer wollen wir glaube ich noch nicht haben. Also, ich fliege erstmal da rein. Boah. So viel Schwung ist doch gar nicht mehr. Ich habe jetzt leider nichts gesehen, was du gemacht hast. Ok. Jetzt kann ich da mein Portal hinsetzen. Ich kann doch da einen hinsetzen, aber dann fliege ich nach oben. Also du musst da drauf auf jeden Fall. Ja. Ich will auch mal nochmal da draußen gucken, deswegen. So. Also hier würdest du nach oben. Also auf dem geht es aufwärts. Hm. Ja. Das heißt. Dann Portal hin. Äh, ja. Doch, das müsste funktionieren. Ich glaube das fehlt. Warte mal. Da kommt meins hin. Kommt da meins hin. So. Jetzt musst du. Ach du musst die andere. Achso. Genau. Du musst den Umkehrer jetzt machen, ne? Ja. Dann musst du nämlich da jetzt abspringen. Ok. Oh. Kannst du nochmal umstehen? Gut. Ich wollte eigentlich ein Salto machen und direkt da hinspringen, aber das geht dann nicht. schon. So. Und jetzt? Genau. Jetzt machst du da an das Ding in deinen Strahl und platzierst. Genau. Jetzt. Kann man da hinfliegen. Wie war das? Das habe ich jetzt nicht getestet. Wie weit man da hopst. So. 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 Äh. Okay. Also du hopst bis gegen, gegen das Portal gleich. Da fliegst du rein. Ähm. Achso. Und dann muss man, wenn du denn von da nach da reinfliegst. Achso. Brauchen wir das so. Gut. Ich weiß gerade im Moment nicht, wo uns doch der Ausgang ist. Der ist da. Da oben. Ja genau. Du. Du darfst jetzt einmal fliegen. Äh. Dann musst du aber das hier ganz machen. Weil wenn ich jetzt hier rausgehe, dann ist ja das alles weg. Brauche ich ja nicht. Oder was passiert, wenn ich jetzt runtergehe? Ja genau. Dann schließt sich wieder alles. Also du. Ich denke, du musst erst mal fliegen. Ja, aber wir müssen doch da erst mal ein Portal eingekriegen. Achso. Ach Quatsch. Ahja, dieses Portal brauchen wir ja auch. Das geht ja nicht ohne. Das heißt, ich muss da drin bleiben. Das geht nicht anders. Ich muss hier immer hin und her schalten. Äh. Ja gut. Den Rest musst du machen. Du musst entsprechend gucken, wann du hoch, wann du runter, wann du links, wann du rechts fliegen musst. Und ich schalte immer nur hoch. Mhm. Weil das sind die einzigen beiden Flächen, die ich erreichen kann. Das heißt, du machst da jetzt einen Punkt? Ich muss erst mal zurück. Ne, 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 du. Äh, genau. Ja, okay. Die beiden Punkte hast du. So, und dann wirst du oben da gegen die Wand geflogen. Da müsste irgendwo dann auf der rechten Seite noch was sein, wo du dann wieder umswitchen kannst. Irgendwie. Flieche, geh erstmal gucken. Geh erstmal gucken, was da oben ist. Vielleicht siehst du da noch irgendwas, was man von hier gar nicht sehen kann. Das Ding ist, ich kann ja nicht fliegen. Sobald ich hier runter gehe, klappt sich das da oben wieder zusammen. Äh, okay. Das heißt, irgendwo fehlt uns einer von diesen... Also ich muss hier... irgendwas muss ich da rauflegen. Ja, uns fehlt nur so ein Quadrat. Aber ich sehe das bei mir da oben, wenn du mal meine Sicht machst, dass da oben noch eine Fläche ist. Irgendwie kann man da oben hin. Moment mal. Ich muss erstmal da hin. An diese Stelle. Das ist mein Haupt. Also du... Mach mal nochmal deine Portale. Okay. Malte Farbe. Ja, ist egal. So, dann fliege ich da rein und dann möchte ich erstmal da an diese Stelle. Oder einfach nur so da hin. Das geht natürlich auch. Gut. Aber ich komme jetzt nicht da rüber. Jetzt müsste ich im Prinzip... Dann weiter. Fliege mal da ganz hoch. Bis oben an die Decke. Na das... Ich löse mich jetzt gleich auf, ne? Also meine Portale sind gleich weg, sobald ich durch den Strahl gehe. Und diese Schranke. Stimmt. Mh. 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 Achso, du musst... Ne. Ne. Oben kannst... Da kannst du nichts hin machen, ne? Da ist keine weiße Decke, ne? Ne. Da ist nichts. Mh. Oh. Ja, ich weiß, du warst das Blue. Tu nicht so stolz. Hä? Ich glaub ihre optischen Sensoren sind kaputt. Ich hab nichts getan. Ja, das... Das kann möglich sein. Guck mir das jetzt auch mal an. Also genau da wird gegen geknallt. So, und von hier komm ich da unten hin. Und da müssen wir jetzt erst einmal hin. Den oberen Bereich, denke ich mal. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie... Das überwinden. Mh. Wo kann ich da eigentlich... Hab ich die Fakten zusammengetragen, aber... Ne Lösung haben wir noch nicht. Mh. Mh. Äh... Warte, doch. Doch, 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 oder? Ja. Können wir wirklich... Ja. Ich hab... Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Okay. Und zwar, wenn wir ja... Äh... Den Hopser nehmen. Den... Den Katapult. Dann knallen wir ja hier gegen. Ja. So, und wenn wir das jetzt auf haben... Da muss... Ich muss ja nur dahin. Ich muss ja nur da drauf und das aufmachen. Dann gehst du auf das Katapult. Springst durch das Ding. Und ich mach da ein Portal hin. Dann wirst du nach oben katapultiert. Und wenn du oben drüber bist... Ach so, ja. Ne? Dann mache ich dir den Beamer, dass du nach oben weiter schweben kannst. Und dann bist du oben. Den Beamer kannst du ja gar nicht so schnell machen. So schnell kommst du ja gar nicht hierher. So. So. Also du musst jetzt einmal zum Knöppchen. Ich muss jetzt ans Knöppchen. Ähm. So. Muss ich halt nur gucken, wie war das noch? Ähm. Du musst erst auf die anderen Seite und... Da. Wo? So. 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 Genau. Jetzt bist du da. Jetzt komm ich... Jetzt komm ich zurück. Jetzt mach ich gleich da hin. Ähm. Genau. Fuck. Ach. Das geht alleine hoch. Okay. Da müsstest du jetzt halt so'n... So'n Bubbel finden, glaub ich. Und Viereck hier oben. Ich kann... Da was hinschießen. Und ich kann wieder den da hinschießen. Jetzt kannst du... Selber... Ne. Quatsch. Ich hab hier nix zum drücken. Hm. Ach so. Halt. Brauchen wir ja gar nicht. Äh. Das reicht ja. Ich muss ja jetzt nur... Hier hin. Ne. Warte mal. Ich muss... Äh. Doch. Doch wohl richtig. Weil wenn ich da durchgehe, erst dann... Also ich muss... Ne. Ich muss ja ganz nach oben. Ja. Hm. Das heißt, da wo der jetzt mein lilafarbenes ist... Da muss, glaub ich, von dir das Ausgangsportal hin, mein ich. Genau. Weil das bleibt ja erhalten. Mhm. Okay. So. Und ich müsste jetzt... Ach so. Ja. Ne. Quatsch. Du kannst jetzt einfach... Ja. Ne. Ich muss jetzt erstmal... Das da hinsetzen. Du lässt das... Türkise da. Genau. Mach das da hin. Dann geh ich erstmal auf die Plattform. Muss ich mal gucken, was ich nicht machen muss. Nein. Ach so. Du kannst weiterfliegen. Äh. Stimmt. Genau. Der rote ist ja gesetzt. Genau. Ja. Ich hab den roten umgeswischt gerade. Das war das. Okay. Boah. Mhm. Okay. 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 Gut. Wenn sie's sagt, dann... ist sie... Bescheid. Und sie hat uns einmal entgebaut.